Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 808 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Vor der Verwendung des Produkts muss ich mich vergewissern, dass es die richtige Charge ist. Vor der Verwendung des Produkts muss ich mich vergewissern, dass es die richtige Charge ist. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Die Schnürsenkel sollten festsitzen. Die Schnürsenkel sollten festsitzen. Ich habe einen Moment lang nicht aufgepasst. Jetzt ist ein Unfall passiert. Johannes hat mich enttäuscht. Das hätte er mir nicht antun dürfen. Johannes hat mich enttäuscht. Das hätte er mir nicht antun dürfen. Erbsen wachsen in einer Erbsenschote. Erbsen wachsen in einer Erbsenschote. Erbsen wachsen in einer Erbsenschote. So viel Spaß wie hier hatten wir beide schon lange nicht mehr. So viel Spaß wie hier hatten wir beide schon lange nicht mehr. Wir starten das Projekt gemeinsam. Morgen geht es los. Ich schaue mir die Präsentation noch einmal an. Das habt ihr beiden gut gemacht. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Im Badezimmer liegen die Gästehandtücher zusammengerollt in einem Körbchen. Ich arbeite so lange, bis ich das Programmierproblem gelöst habe. Das sollten wir unbedingt kaufen. Es wird unser Leben bereichern. Das sollten wir unbedingt kaufen. Es wird unser Leben bereichern. Was gießt du in den Orangensaft? Es sieht blau aus. Hier sind überall große Lavendelfelder. Ich habe etwas Lavendel gepflückt. Vor dem Geschäft hängt Kleidung auf einer Stange. Ich suche mir ein Kleidungsstück aus. Vor dem Geschäft hängt Kleidung auf einer Stange. Ich suche mir ein Kleidungsstück aus. Der Film ist sehr spannend. Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Der Film ist sehr spannend. Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Am frühen Morgen sind alle liegen am Strand noch unbesetzt. Am frühen Morgen sind alle liegen am Strand noch unbesetzt. Ich erinnere mich gut an die Situation. Ich erinnere mich gut an die Situation. In einem Raum der Arztpraxis befindet sich ein Modell eines menschlichen Skeletts. Hast du deine Kundenkarte dabei? Jeder zehnte Becher Kaffee ist bei uns gratis. Wo steht das geschrieben? Wo steht das geschrieben? Ich habe das vorher noch nie gesehen. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe das geschrieben. Ich habe das geschrieben. Vielen Dank.